Hallo ihr da draußen, am Freitag gibt es wieder eine neue Episode von Software-Architektur im Stream. Zu Gast ist diesmal Ben. Ben, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Mein Name ist Ben, ich bin Senior Consultant bei InnoQ. Ich bin ein riesen Fan von Kaffee und Lego, wie ihr hinter mir sehen könnt. Aber ich habe auch eine sehr große Liebe für Software-Architektur übrig. Genau, und genau darüber wollen wir am Freitag sprechen, denn unser Thema ist Einstieg in die Software-Architektur. Wir wollen zum Beispiel unsere Erfahrungen mit euch teilen, hoffentlich ein paar Tipps und Tricks nennen und zum anderen hoffen wir auf ganz, ganz viele Fragen von euch und hoffen, dass wir euch damit irgendwie weiterhelfen. Anderes Thema wird mal wieder der InnoQ Technology Day sein, aber darauf kommen wir dann am Freitag zurück. Wir beiden freuen uns schon riesig, euch am Freitag zu sehen. Alles bis dahin. Tschüss. Bis dann. Ciao.